Und du bist schon eine Mario-Maker? Ich hab sofort reine... Ich mag das Spiel eigentlich total. Ich spiel's halt selber irgendwie nie, aber ich lieb's. Also wir müssen halt gucken, wenn wir sagen, Endlos-Herausforderung wäre natürlich die Challenge, wer von uns weiterkommt. Ja. Aber da ist natürlich... Unterschiedliche Level das Problem. Unterschiedliche Level das Problem. Aber am Ende des Tages, wenn wir uns natürlich jetzt das gleiche Level suchen... Ja. Ja, wobei, rein theoretisch könnte man das ja machen, ne? Man nimmt das gleiche Level und guckt einfach, wer schneller durchkommt. Ja, wenn's nicht zu schwer ist, ne? Wer als erstes ein Level fertig hat, dass ihr beide spielt. So, das, 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 ja. Ja, gut, ja, also das könnte man machen. Dann muss es aber ein schweres Level sein, ne? Also, oder mittelschwer, sagen wir es mal so. Weil ich glaub, ein richtig schweres würden wir eh nicht schaffen. Genau, suchen. Schwierigkeitsgrad schwierig, okay. Und dann gehen wir auf... Ja, ja, gehen wir auf beliebt. Also hier wäre was mit Lift-Platforming. Äh, ziemlich weit unten, klar. Abschlussrate 4,661%. Ja, können wir gerne versuchen. Ja, okay. Ja. Dann würde ich sagen, äh, dann let's go. Ja, hast du schon? Ja, ich hab' draufgeklickt. Lift-Platforming. Oh, bin direkt tot? Oh. Oh mein Gott. Okay. Du auch. Alter. Okay, da mit dem Schlüssel in die Tür rein. Oh mein Gott. Ach so, und dann nach oben. Oh, wow. Haha. Ich bin auf jeden Fall beim Checkpoint, Gustav. So ein Ding ist das für mich. Oh, das ist schlecht für mich. Oh, joi, joi. Aber läuft. Ne? Ach so, okay. Wie nervig willst du Kommentare machen? Ja. Ne, ich hab' wirklich, ich bin deswegen grad gestorben, ne? Aber das ist, das ist ne, ne, ne coole Level-Idee an sich. Übel nice. Macht voll Spaß. Das Level ist wirklich cool, ja. Da lang? Da lang? Chat, denkt euch irgendwelche Ausreden aus, äh, die ich benutzen kann? No. Oh. Oh, das ist schon nicht ohne, Digga. Oha, geil. So, ich bin jetzt erst beim Checkpoint. Gustav? Wichtiger Checkpoint, wichtiger Checkpoint. Oh mein Gott. Okay, also das ist schon nicht ohne, was da kommen. Das sag ich dir, wie es ist. Nein! Ich komm grad nicht weiter. Okay, ja, also ich weiß, wie es geht, aber das ist, also der Schwierigkeitsgrad von dem Level, der zieht da übelst an. Nice, das ist gut, das ist gut. Ich hab's. Ich hab's. Hast du das Level durch? Nein, noch nicht. Ja, also da hab ich ja nicht besser meine Chance gehabt, Bro. Ich war nicht mehr auf dem zweiten Checkpoint. Alright, weiter geht's. Also ich werd das jetzt nicht auf Krampf weiterspielen, während du nichts machst, ne? Da muss ich sagen, da merkt man, dass ich gerade nicht in dem Spiel bin. Ich hatte gar keine Chance. Das Ding ist, 1 zu 0. 1 zu 0, Gustav, lass dir das schmecken. Okay, also ich würde sagen, der Verlierer darf sich ein Level aussuchen. Der Verlierer darf sich ein Level aussuchen, okay. Ich würde das erste nehmen. Poison Challenges. In 3, 2, 1, jetzt. Let's go. Ich liebe es, wie der den Arsch wackelt. Ach du Scheiße, was ist das denn jetzt? Oh, Alter, das ist rutschig. Wait, also warum ist das so Eis für 6? Musik ist schön. Eis für 6? Ja, also ich fand, das fühlt sich so an, als wenn du irgendwie auf Eis rumtrampelst auf diesem Ding. Ich bin drauf gelandet und das erste, was passiert ist, dass ich direkt tot war. Was steht hier? Okay, und jetzt? Ich hab noch nicht so ganz verstanden, was ich hier machen muss. Hier merke ich bei dir. Bist du schon weiter? Ja, ich bin jetzt bei der Bombe. Ja, ja, okay, bei der Bombe bin ich auch, aber da weiß ich noch nicht, was ich machen soll. Bin durch von der Bombe. Hä? Safe hat Gustav das Level schon gespielt. Ja, klar, ich vor allen Dingen. Ja, hier komme ich jetzt gerade nicht so ein bisschen, äh, so ein bisschen gar nicht klar hier. Lass mich hier viel zu viel Zeit mit diesen kleinen Nippeln, die hier in diesem Gift rumschwimmen. Nippeln, das sind Baumstämme, Junge. Hä? Oh, wow! Entschuldigung. Hä, aber was hat das mit der Bombe zu tun? Ich verstehe das mit der Bombe nicht. Hä, wie dumm bist du? Wie dumm bist du, sagt er. Oh. Wie kann man das denn nicht verstehen? Ja, sorry, Gustav. Es sind jetzt hier auf einmal zwei. Ah, endlich mal Checkpoint. Wow, Alter, der Checkpoint hat lange gedauert. Schämst du dich jetzt? Hast du es rausgefunden? Nein, ich, äh, keine Ahnung. Es schickt mich hier irgendwie diese, diese Vianen hoch und dann... Willst du, willst du vielleicht einfach mal links hochgehen, da wo ein Kasten markiert ist? Ja, aber... Oh mein Gott, in dem Kasten. Oh, oh. Bin beim Goal übrigens gestorben. Nein. Ja, man muss Timing haben für das Goal. Das wusste ich nicht. Scheiße, das riecht nicht. Okay, bin durch. Nein. 1, 1, Shit. 1, 1, Shit. Euer Profi-Gamer. Marco schreibt, ich bin extra in den Hardie-Stream, weil ich dachte, er trollt, aber nope. Das war, das war, äh, das habe ich nicht kapiert. Ja, habe ich gemerkt. Ist doch gut. Ich bin da ja rumgesprungen bei der Kiste, aber ich bin nicht genau unter die Kiste drunter gesprungen. Das war so eindeutig markiert irgendwie. Egal, Scheiße. Ja, ja, ja. Ja, alles gut, das wird passieren. Ah, man muss. Oh mein Gott. Oh, ich hasse es, wenn da so viel abgeht. Oh mein Gott. Ich bin tot. Ja, du, genau die gleiche Stelle, ja! Das ist so TikTok-Generation ist das hier. Aufmerksamkeit, Spanne, zwei Sekunden. Bro, ich finde das so lustig, dass ich, ähm, ich habe jetzt irgendwo gesehen, die machen jetzt Fußball anders, weil die Jugend kein Fußball mehr guckt, weil denen das zu langweilig ist, 90 Minuten zu gucken. Also versuchen sie irgendwie Challenges reinzubauen. Oh nein. Ja, aber es ist ja, es ist ja, ist ja so. Also es passt ja. Es gibt jetzt auch auf TikTok irgendwie so, äh, Videos, die sind so gesplittet, weißt du? Ja. Und mit oben was erklärt und unten läuft einfach Gameplay. Weißt du, als wenn die, als wenn die, als wenn die Kinder alle irgendwie ADS hätten und irgendwie überhaupt, also gar nicht ohne, ohne sowas klarkommen würden, weißt du? Ja. So Dauerbeschallung, das ist geisteskrank. Aber ich glaube, ich bin durch. Ja, ja, schade. Ja, ich habe ein paar zu viele Fehler gemacht. Yes. GG, 2, 1. Ähm, ja. Ja, sehr schön. Oh mein Gott. Gustav darfst du aussuchen? Ja, warte, ich will noch den einen Try hier zu Ende machen. Ja, machen Sie, machen Sie. Ja, nee, ähm, aber wie soll das auch anders sein, dass TikTok nicht schlecht für die Aufmerksamkeitsspanne ist, wenn du halt die ganze Zeit nur durch irgendwelche kurzen Videos durchscrollst und skippst und dir ja nichts mit Sinn und Verstand anguckst. Ja. Okay, ich habe es immerhin auch geschafft. Okay, äh, 2, 1 für dich. Ja. Bis wie viel machen wir denn eigentlich? Bis 3. Bis 3. Ist das ein bisschen, wir haben doch noch Zeit, oder? Aber wir könnten ja da was anderes machen. Nee, wir können aber auch, wir können auch bis bis. Der kommt erst bei 5. Ja, okay. 5 bis 5 bin ich dabei. Okay. Oh, Scary Slippany Pass. Ja, lass das machen. Sollen, willst du das mal an? Ja, lass machen. Okay. 3, 2, 1, go. Alright. Ich gehe dann einfach mal in die Tür rein. Ja, würde ich auch sagen. Ja, das ist zum Reinkommen hier besser. Ja, ja, ja. Oh, da bin ich schon direkt draufgegangen. Ich bin schön. Nice warten, immer cool. Ah, oh. Ich hoffe, du stirbst. Nee, Gustav, ist nicht. Schade für mich. Oh. What? Hä? Achso, oh. Okay. Oh, da fliegt was hinter mir her? Eis für 6. Ich liebe sie. Oh. Oh nein, Gustav hat das wahrscheinlich schon längst gecheckt, was da abgeht. Wie komme ich denn an den komischen Dingern vorbei? Soll ich ja. Ich bin da halt schon einmal gestorben, ne? Deswegen. Hehehe. Oh, baby. Nice. Es ist ein cooles Level irgendwie. Warum muss ich eigentlich nach dem Checkpoint immer nochmal durch diesen einen komischen Raum durch? Was soll das? Let's go. Ja. Let's go. Ich glaube, der sagt dir ein bisschen, was du tun sollst. Zweiter Checkpoint, by the way. Nein, Gustav, so weit bin ich doch noch gar nicht. Das ist okay für mich. Dinger. Will nicht drüber reden. Also Konzentration gerade. Ah! Das kann nicht sein. Wirklich sehr. Ja, ultra keck. Oh. Ja. Come on. Nein, 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 nein. Ja. Oh, nein, nein, nein. Ja, gewonnen! Ach, das leck mich doch. Das war ein scheiß Level. Alter, du bist immer noch an dem Teil? Ja, das Level ist sch***, Gustav, was hast du denn da für den Müll ausgesucht? 2 zu 2, mein Bruch. 2 zu 2. Ja, 2 zu 2, also wirklich. Das kriegt ne Herz, das Level. I hate the great time. Oh, ich mag die Musik total. Alter, der zweite Raum war nicht einfach. Nee. Oh, ich bin jetzt Druck auf, Chad. Bau du mal schön Druck auf, Gustav. Oh. Nicht gesehen, was ich tun soll. Ja, kein Problem. Ich hab einfach irgendwas gemacht und am Ende hat's geklappt. Ach, komm schon! Und? Oh, nein. Durch. Komm, leck mich doch am Arsch, Gustav! Nein, ich baue nämlich Druck auf! Nein, hier wäre Ende gewesen. Oh, und das ist auch gar nicht... Oh, und das ist auch noch voll einfach! Ja, deswegen hab ich ja gewonnen. Alter, was sagst du zu 2,78%? Ich sag da gar nichts zu, weil ich darf nämlich aussuchen. Wayne, echt? Der Verlierer, Gustav. Was hast du gerade gewonnen, oder? Ja, ja, der Verlierer. Ich hab zweimal gewonnen gerade, stimmt. Du hast recht, danke. Nein, ich hab zweimal gewonnen, aaaaaaah. Der erste bei 5. 3-2, ne? 3-2 für mich, ja. Ah, ich hab nicht gesehen, was passiert. Okay, wow. Ah! Nein! Wir haben ja meinen Checkpoint noch bekommen, ne? Hm. Ich brauche noch einen Checkpoint, bitte. Danke. Ah, okay. Ah! Entschuldigung. Wo bin ich? Ah! Wow! Mein Kopf funktioniert kaum so schnell. Gott! Gewonnen! Ach, komm schon! Ja! Oh mein Gott. Das ist so kacke. Ey, dieser eine Raum, wo du gerade bist, der war auch geil. Der war richtig schwer. Und jetzt hast du ihn. Das ist doch so zum Kotzen, Digga. Ah, und er holt das Ding wieder. Ich glaub es nicht. Ein Fehler! Oh, ich bin so aufgeregt. Scheiße. 4-2. Es darf nicht wahr sein. Oh, au, 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 au. 2,7% hab ich nicht. Crazy Jumps? Ja, hast du auch nicht, ne? Hab ich auch nicht, ne? Nice. Ja, okay. 3, 2, 1. Bam. 2,74%. Richtig klassisches Jump'n'Run. I love it. Oh, scheiße. Ich mach zu viele Fehler. Ah, das war extra? Ah! Oh mein Gott. Der ist auch verarsch worden. Oh. Konnte man da gar nicht hoch? Level, wo man seinen Sprung kontrollieren muss, ist so geil. Nein! Oh, doch! Nein! Sei ehrlich, Ted, das war ganz schön souverän. Zweiter Checkpoint. Oh nein, Digga. Nein! Schon. Hast du's schon wieder? Warte, warte. Ja, bin durch. Gigi's, Mann. Hä? Krass. Also, ja, als wär ich nie weg gewesen. Als wär ich nie weg gewesen. Und, Dennis, es war so Spaß gegen dich zu spielen, weil du auch wirklich sauer bist, wenn du verlierst. 5 zu 2. Abgerippt worden. Du standst, 1 zu 2 standst du vorne, dann haben wir gesagt, wir machen bis 5. Dann hab ich alles gewonnen. Ha, 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 ha.